Dieses Video wird ein bisschen anders als sonst. Normalerweise geht es in meinen Videos nicht um mich. Es geht um Sachen, die mich interessieren. Das waren in den letzten 10 Jahren noch sehr viele verschiedene Sachen, auch wenn es eigentlich fast immer irgendwie Gaming-Bezug hatte. Heute ist es anders. Ich möchte euch ein Erlebnis aus meiner Vergangenheit erzählen, das jetzt wieder hochkam. Ich würde ja sagen, Twitter brennt. Aber das würde voraussetzen, dass es einen Tag gibt, an dem Twitter mal nicht brennt. Im Moment ist es die Mobbing-Kampagne gegen Shoyoka, die wieder ihre Kreise zieht. Davor war es das Drachengame. Und wenn ihr im internationalen YouTube-Bereich unterwegs seid, dann so viele Sachen mitkriegt wie den Fall von Illuminati oder die Doxing-Aktion von SS-Sniperwolf. Also man kann es auf viele verschiedene Sachen übertragen. Diese ganzen Sachen haben jetzt eine Erinnerung hochgebracht, die ich fast völlig vergessen hatte. Setting, das ist Deutschland 2009. Vielleicht erinnert euch zu dieser Zeit, da uns war das soziale Netzwerk der Wahl Schüler CC. Nicht Schüler VZ, Schüler CC. Irgendwie ist das Ding ziemlich in Vergessenheit geraten. Ich war also in der siebten Klasse, so um die zwölf. Das systematische Mobbing, dem ich ausgesetzt war, hatte in der fünften begonnen. Mit dem Übergang aufs Gymnasium. Davor hatte ich eigentlich keine Probleme mit meinen Mitschülern gehabt. Siebte Klasse, könnt ihr euch denken, die Rollenverteilung, man ist schon drei Jahre zusammen. Die Rollenverteilung innerhalb der Klasse ist schon recht eingefahren. In meinem Fall auch außerhalb. Ich hatte das Glück, dass ich von Cybermobbing eigentlich fast komplett verschont geblieben bin. Dieser Vorfall hier ist der einzige, an den ich mich erinnere. Es war ein Wochenende. Ich war alleine zu Hause, war auf Schüler CC und habe eine Nachricht mit einem Link bekommen. Die Seite, wo dieser Link hingeführt hat, gibt es in der Form, soweit ich das sehen kann, nicht mehr. Aber das Ding an dieser Seite war, dass sie sich auf den Namen angepasst hat, der im Link angegeben wurde. Also der Link bestand aus Vorname.Nachname.com. Der angegebene Name war meiner. Auf der Seite bekam man dann direkt, sagen wir jetzt mal, nicht jugendfreien Inhalt präsentiert. Abgemischt zum Hit von Dead or Alive, You Spin Me Round. Ich glaube, ihr könnt euch den Rest selber denken. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich war also erstmal ein bisschen schockiert. Gelinde gesagt. Meine Eltern kamen dann irgendwann nach Hause. Ich habe es ihnen erzählt. Lasst das mal kurz auf euch wirken. Ihr denkt jetzt bestimmt, oder vielleicht, ist ein dummer Witz von einem präpubertären Mitschüler. Meine Eltern hätten euch zugestimmt und ich euch rückwirkend betrachte wahrscheinlich auch. Es gibt nur ein Detail. Die Nachricht, wo dieser Link drin war, das war keine PN an mich. Das war eine Klassenrundnachricht. Das ging an über 20 von meinen Klassenkameraden. Ich weiß nicht, ob es außerhalb der Klasse weitergeschickt wurde. Ich glaube nicht. Also soweit wir wissen, war da nichts. Auch fürs Protokoll, dass ich schwul bin, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht mal selbst. Ich war da erstaunlich spät dran. Ich hatte aber auch, dass es soweit war, das Glück, dass ich es nie nötig hatte, mich zu outen. Es war dann einfach so. So, ich bin jetzt verlobt. Seit über einem Jahr. Und ich hatte auch bis jetzt das unglaubliche Glück, dass ich noch nie persönlich homophob angefeindet worden bin. Es war schon Homophobie in dem Sinne, dass es als Beleidigung missbraucht wurde. Also es war, die Webseite hat auch in dem Kontext gearbeitet. Aber nicht in dem Sinne, dass ich mich jetzt irgendwie geoutet hätte und das wäre die Reaktion meiner Klasse gewesen. Da möchte ich gerne differenzieren. Weil es eine Klassenrundnachricht war, haben meine Eltern dann den Vorfahren meiner damaligen Klassenlehrerin gemeldet. Nur gemerkt, die hatte auch so ihre Probleme mit mir. Es gab eine Schulkonferenz. Ich war dann allerdings nicht dabei. Ich glaube, soweit ich weiß, waren meine Eltern auch nicht dabei. Wenn ja, habe ich es nicht mitbekommen. Ergebnis war, der Junge ist von der Klassenfahrt nach England am Ende des Schuljahres ausgeschlossen worden. Für mich war die Sache damit vorbei. Das Ding ist, ich bin aber dadurch für einige meiner Klassenkameraden noch mehr zur Persona non grata geworden. Es war kein großer Unterschied zu vorher. Aber wenn es nach diesen Schülern ging, war ich allein der Grund, dass ihr Freund während der Englandfahrt im Ersatzunterricht hocken würde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich war nicht derjenige, der versucht hat, einen seiner Mitschüler zu erniedrigen. Ich habe an meine Mitschüler an diesem Wochenende sonst eigentlich keinen einzigen Gedanken verschwendet. Aber die Erwartung war offensichtlich, dass dieser Mitschüler versucht hat, Macht über mich auszuüben. Und die Erwartung war, dass ich es einfach geschehen lasse. Dass ich mich damit abfinde. Was ich an der Stelle auch betonen möchte und auf die Gefahr hin, dass diese Person das auf Videos sieht. Ich mache dem Schüler von damals keinen Vorwurf. Also der Junge war zwölf. Der fand es in dem Moment lustig. Und Zwölfjährige sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die volle Tragweite ihres Handelns verstehen. Also es hat einen Grund, wieso man mit zwölf noch nicht strafmündig ist. Es wurde darauf reagiert. Die Sache war für mich erledigt. Und die Sache war, ich weiß nicht, ob sie komplett für ihn erledigt war. Aber zumindest hatte ich den Rest des Jahres Ruhe von ihm. Und ich glaube, entweder direkt danach oder im Jahr danach hat er auch die Schule gewechselt. Was im Nachhinein betrachtet definitiv gefehlt hat, war eine klare Einordnung meiner Klassenlehrerin an die Glasse. Wieso es nicht okay ist, pornografische Inhalte an Minderjährige zu schicken, noch dazu eine ganze Klasse von ihnen, mit der Absicht dazu noch, einen anderen Schüler bloßzustellen. Das hätte man einfach einordnen müssen. Das ist eine Grenze, die überschritten wurde, die nicht überschritten werden darf. Wäre der Junge 14 oder älter gewesen, hätte er sich strafbar gemacht. Man hätte diese Täter-Opfer-Umkehr im Keim ersticken müssen, die einige meiner Mischler da betrieben haben. Die Realität sieht leider oft so aus, dass Lehrer und andere Autoritätspersonen es oft selbst mittragen. Ich weiß leider auch aus meinem Berufsleben, ich bin gelernter Erzieher, dass das auch oft einfach der leichtere Weg ist. Man ist nicht in der Situation drin, man weiß nicht genau, was wirklich passiert ist. Und hat auch eigentlich vielleicht gerade nicht die Energie, um sich damit zu befassen, weil die eigentlichen Aufgaben andere sind. Aber es hätte nichtsdestotrotz passieren müssen. Dieser Vorfall an sich hat wenig Spuren bei mir hinterlassen. Wie gesagt, ich hatte ihn selbst fast vergessen. Was mich gezeichnet hat, sind die anderen Sachen, die über die Jahre passiert sind, wo ich täglich, gezielt und systematisch zermürbt worden bin. Ich war vor ein anderer Mensch. Wenn ihr mich gekannt hättet, so zwischen vier bis zehn, und dann Kontakt zu mir verloren hättet und jetzt wieder mit mir reden würdet, ihr würdet nicht glauben, dass das der gleiche Mensch ist. Dieser Junge, der ich im Kindergarten und in der Grundschule war, ist auf dem Gymnasium Stück für Stück gestorben. Ich versuche jetzt, in den letzten Jahren, mir stückweise die Teile dieser Persönlichkeit praktisch wieder für mich zu beanspruchen. Aber versuch das mal. Es ist leicht, im Gewinnerteam zu sein. Und es ist auch leicht, sich rauszuhalten. Es gibt Zeiten, wo es sinnvoll ist, sich rauszuhalten und nicht Parteien zu erinnern. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Aber man muss sich auch klar sein, dass Neutralität auch oft im Zweifel bedeutet, dass man sich auf die Seite des Aggressors stellt. Das Ergebnis sehen wir jetzt auf Twitter. Wir haben als Gesellschaft eine Generation von Menschen herangezüchtet, die jeden Sinn für Verhältnismäßigkeit, geschweige denn Anstand, verloren hat. Wir haben da Menschen, die es legitim oder verdient finden, wenn eine Kita Drohbriefe bekommt, weil sie angeblich keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Nur mal so als Bemerkung am Rande von einem gelernten Erzieher. Das ist auch nicht üblich. Das gibt nicht jede Kita her. Wenn es einen großen Eingangsbereich gibt, wird das vielleicht gemacht. Aber ansonsten ist das oft ein Platzproblem. Ein Weihnachtsbaum in der Gruppe ist sowieso komplett... Da ist kein Platz. Das ist komplett Blödsinn. Und ein Weihnachtsbaum unterhält euch auch keine 25 Kinder, die sich nicht selbst beschäftigen können in aller Regel. Abgesehen davon, Brandschutz muss man in öffentlichen Gebäuden nun mal auch beachten. Und klar, es gibt elektrische Lichterketten und so, aber die müssen auch abgenommen sein. Offiziell darfst du nicht irgendwelche Geräte einfach in einem öffentlichen Gebäude an den Strom setzen. Die müssen alle geprüft werden. Wir haben da Menschen auf Twitter, die es legitim finden, dass Personen des öffentlichen Lebens gedoxt werden, Drohungen bekommen und sich in ihrer Wohnung nicht mehr sicher fühlen können. Überleg mal, bei 100 Drohungen, wir gehen jetzt mal davon aus, es sind nur 100. Es reicht, wenn 1% der Leute so kaputt im Kopf sind, dass sie versuchen wird, diese Drohung umzusetzen. Diese Menschen sind bereit, all dies zu relativieren, weil die haben ja auch, die brauchen halt dickeres Feld. Der hat es aber auch provoziert, weil sie nicht sehen wollen, dass es Grenzen gibt, die anständige Menschen nicht überschreiten. Wenn dein moralischer Kompass kein Roulette-Rad ist, dann schreibst du dir nicht auf die Fahne, einen anderen Menschen brechen zu wollen oder seine Tränen als Gleitmittel zu benutzen oder mit dem Thema Content farmen zu wollen. Selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Fakten für diese Herrenrunde, die sich da gebildet hat, sprechen, dann gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder ist Shoryoka so unbedeutend, dass dagegen vorzugehen den Streisand-Effekt auslösen würde, was dann natürlich nicht im Sinne der Herrenrunde wäre, würde man meinen. Oder man prüft juristische Schritte. Und jeder Anwalt, der sein Geld wert ist, wird euch sagen, dass der Mandant einfach sich nicht zu einem laufenden Verfahren äußert. Das ist einfach so, weil man der Gegenseite nichts geben will, was gegen sie verwendet werden könnte. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Es ist völlig egal, was ihr von Shoryoka oder von sonst wem haltet. Jeder von euch hat die Wahl, einfach nicht mit diesen Personen zu interagieren. Diese Herrenrunde könnte das Thema jederzeit versanden lassen. Die wachen jeden Tag auf und entscheiden sich bewusst dafür, dieses Thema weiter zu melken. Aber Shoryoka hat diese Wahl nicht. Das Spiel läuft weiter auch ohne sie. Sie hat sich längere Zeit zurückgezogen. Es lief ohne sie weiter. Genau wie das Drachengame ein Selbstläufer wurde. Dieser Mann konnte nicht umziehen oder ein Hotelzimmer buchen, ohne dass er gedoxt wurde. Vielleicht haben einige von euch die Serie Black Mirror gesehen. Ich selber nicht, aber ich weiß, dass es eine Episode gibt namens White Bear. Diese Folge war keine Anleitung. Es war eine Mahnung. Und um den Bogen zu meiner Geschichte zu schlagen. Ich hatte diese Wahl auch nicht. Zur Schule musste ich gehen. Und solange ich da war, war ich ein Ziel. Es war egal, ob ich mich drauf eingelassen habe oder nicht. Keiner Nachtrag. Ich muss normalerweise meine Kommentare nicht groß moderieren, abseits vom gelegentlichen Bot. Ich rechne damit, dass es unter diesem Video anders sein wird. Ich werde aber keine Relativierung von Gewalt dulden, egal in welcher Form es passiert. Und wenn dein Humor einzig und allein darauf basiert, dass du auf Kosten anderer Menschen handelst, dann bist du nicht lustig. Bevor irgendjemand versucht, das irgendwie jetzt zu legitimieren, was gemacht wurde gegen mich, mein Verbrechen, wenn man es so nennen möchte, war, dass ich Autist bin. Das wusste niemand zu der Zeit. Das wusste nicht mal ich. Aber ich sehe es als den Hauptgrund, warum ich immer wieder aufgefallen bin und letztendlich Mobber angezogen habe wie ein Magnet. Wäre es anders gewesen, wenn es bekannt gewesen wäre? Ich meine, vielleicht, vielleicht nicht. Aber wenn ihr erst eine ECD-10-Diagnose braucht, bevor ihr davon abseht, jemanden zu schikanieren, dann seid ihr das Problem. Außerdem halte ich meinen Kopf dafür ins Feuer, dass wenn Schuyoka irgendwas passiert, ich erinnere an meine 1%-Aussage vorhin, dass diese Herrenrunde jegliche Verantwortung weit von sich weisen wird. entweder, weil sie dann sagen, sie hätte es verdient oder weil sie behaupten werden, dass sie das ja nie gewollt hätten, dass das ja alles nur Humor war, etc. Ich würde ja jetzt das Mic droppen, aber das Teil kostet 200 Euro und ich will meine Nachbarin unter mir nicht erschrecken. und ich will meine Nachbarin Untertitelung des ZDF, 2020